Ungeschriebene Gesetze, die gibt es eigentlich überall. Im Berufsleben, im Alltag und natürlich auch im Profiradsport. Ich möchte euch jetzt mal 10 ungeschriebene Gesetze zeigen, die so im Profiradsport herrschen, aber teilweise nicht immer eingehalten werden. Dann ran an die Gesetze! Ein ungeschriebenes Gesetz, was vermutlich viele von euch da draußen kennen, ist folgendes, nämlich wenn der Leader einer Rundfahrt das gelbe Trikot einen Defekt hat oder zu Fall gekommen ist, dann sollte das Feld auf ihn warten und das Tempo wird gedrosselt. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Regel. Ein ungeschriebenes Gesetz besagt, dass man in der Verpflegungszone niemals attackiert. Das heißt, beziehungsweise der Sinn dahinter ist, dass in der Verpflegungszone jeder Fahrer die Möglichkeit haben soll, seine Flasche in Ruhe greifen zu können oder seinen Verpflegungsbeutel mit der nötigen Nahrung, die er braucht. Daher sagt man immer, Verpflegungszone nicht attackieren. Ach, bin ich platt. Schön abgehängt hier, aber mit so einer Sticky Botte, da komme ich wieder zurück zum Feld. Ganz klar, ungeschriebenes Gesetz im Radsport, benutze niemals eine Sticky Botte, um wieder zurückzukommen zum Feld oder zu einer anderen Gruppe. Weil wenn man platt ist, der Tank leer ist, dann muss man das akzeptieren und dann ist man halt eben abgehängt. Kommt selten vor, aber hin und wieder schon, und zwar, dass das komplette Rennen neutralisiert wird. Entweder durch die Fahrer selber oder die Kommissäre. Und das kann folgende Gründe haben. Einmal, weil die Strecke als zu gefährlich eingestuft wurde, weil es einen schweren Sturz gab oder weil einfach das Wetter seine Kapriolen schlägt. Das heißt, mit Hagel, mit Schnee oder extremem Wind oder die Temperaturen sind wirklich sehr, sehr heiß. Manchmal kommt es aber auch vor, dass das Rennen neutralisiert wird, weil einfach die Fahrer sagen, die Umstände hier im ganzen Rennen, heißt die Reise mit dem Auto, der morgendliche Start, etc., etc., sind einfach so schlecht hier von der Organisation umgesetzt, dass wir uns das einfach nicht mehr antun möchten. Dann gibt es noch die Fahrervereinigung, die sogenannte CPA, die sich natürlich auch für die Interessen der Fahrer einsetzt oder einsetzen sollte, die dann teilweise auch mit den Rennveranstaltern spricht oder im Zusammenspiel mit den Fahrern und sagt, okay, heute wird das Rennen neutralisiert, weil unsere Änderungswünsche werden seit geraumer Zeit nicht umgesetzt. Man darf nicht den Autokonvoi beziehungsweise den Windschatten der Autos ausnutzen. Aber man muss jetzt hier ganz klar sagen, unter den Fahrern und auch den Kommissären wird dieses ungeschriebene Gesetz akzeptiert, dann, wenn man einen Platten hatte, wenn man einen Sturz hatte oder wenn man vielleicht mal eine Pinkelpause gemacht hat während dem Rennen, um wieder zum Feld zurückzukommen. Das heißt, eine Pinkelpause vom Leader wird akzeptiert. Er muss auch nicht so sehr um die Position im Feld kämpfen. Wenn jetzt zum Beispiel der Leader von hinten nach vorne fährt durchs Feld, dann gibt man ihm immer freiwillig ein bisschen Platz, denn er kämpft schließlich um den Rundfahrtsieg. Auch hat er meistens die Kontrolle über das Rennen mit seinem Team, gestaltet somit das Tempo, hat somit aber auch eine gewisse Verpflichtung. Und wenn er jetzt mal irgendwo eingebaut wird oder die Windkante kommt auf, dann lässt man ihn natürlich auch eher mal in die Reihe rein oder gibt ihm den nötigen Platz. Wenn auf der Etappe irgendwo der Heimatort von einem Fahrer bevorsteht, wie ich es eben angesprochen habe, dann hat er die Möglichkeit, diesen als Ersten zu passieren, kann sich feiern lassen von seinen Fans, die ihn vermutlich alle kennen, kann auch mal am Straßenrand anhalten, der Familie kurz Hallo sagen, seiner Frau vielleicht ein kurzes Busserl geben und dann geht es weiter. Der Race Leader und die bestimmenden Teams, die sind in der Regel vorher informiert worden und haben dann meistens auch keine Einwände dagegen. Im Radsport ist es so, dass von der UCI vorgeschrieben ist, wie die Rückennummern angebracht werden müssen. Das heißt, man muss sie so platzieren, dass sie gut ersichtlich sind. Man darf sie jetzt nicht groß zuschneiden, weil hier und da ist ja auch der eine oder andere Sponsor auf der Rückennummer platziert. Aber bei der Rückennummer 13 wird eine Ausnahme gemacht. Für viele Fahrer im Profi-Peloton bedeutet ja, die Rückennummer 13 Unglück und daher dürfen diese Fahrer dann auch die Rückennummer 13 auf den Kopf stellen und es wird keine Strafe von der UCI geben, weil man möchte ja nicht, dass die Fahrer das Pech verfolgt. Bei der Tour de France zum Beispiel, da wird auf der Schlussetappe der Champs-Elysees, da wird sich erst mal am Anfang der Etappe die ersten 80 Kilometer gefeiert, alle quatschen miteinander. Es gibt den einen oder anderen Champagner, der aus den Autos rausgereicht wird. Man flackst herum, manche zünden sich eine Zigarre an oder essen irgendwie einen Hamburger während der Fahrt. Also das sind auf jeden Fall Sachen, die bei einer Grand Tour auf der letzten Etappe so vollzogen werden, dass man am Anfang ruhig fährt und dann eigentlich erst für die letzten anderthalb, zwei Stunden volles Finale fährt, wo dann jeder wirklich noch mal alles geben kann. Eins muss man natürlich sagen, wenn auf der Schlussetappe ein Zeitfahren ist, dann kann man das nicht machen, da ist dann für jeden Vollgas. Aber ansonsten hat dieses ungeschriebene Gesetz bis heute innegehalten, was auch gut so ist, weil nach drei Wochen, da kann man auch auf der letzten Etappe das Ganze ein bisschen easy angehen lassen. Okay, Gruppe des Tages steht. Pissé, Pissé, Pinkelpause, Stopp. Anhalten. Wenn der Leader oder das gesamte Fahrerfeld sich dazu entscheiden, okay, jetzt ist ein unwichtiger Moment, jetzt können wir es mal ein bisschen lockerer angehen lassen und es wird zu der sogenannten Pinkelpause ausgerufen, dann müssen das auf jeden Fall alle Fahrer respektieren und das Tempo wird gedrosselt und wenn das Fahrerfeld dann wieder zusammenkommt nach der Pinkelpause und auch der Leader wieder zurück ist, dann kann man wieder Gas geben. Es ist auf jeden Fall keine Art, gerade wenn der Leader die Pinkelpause ansetzt und die Gruppe des Tages steht, dass man, wenn der Leader am Straßenrand steht und pinkelt, das Tempo leicht anzieht und versucht somit den Leader wieder ein paar Körner ziehen zu wollen. Das geht auf jeden Fall gar nicht, wird aber hin und wieder praktiziert und da muss ich ganz klar sagen, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, was man respektieren sollte. Pinkelpause ist Pinkelpause, jeder muss mal und von daher Tempo drosseln. Ich hoffe, diese ungeschriebenen Gesetze geraten nicht in Vergessenheit, was ja häufiger schon jetzt mittlerweile passiert ist. Mich würde jetzt noch interessieren, was haltet ihr von diesen ungeschriebenen Gesetzen im Profiradsport. Dann danke fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, so würden wir uns über ein Like freuen und für weitere coole Videos abonniert jetzt unseren Channel. GCN auf Deutsch. Ciao!